yo leute was geht herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf unserem kanal zum glücker leute wir sind heute das erste mal zu zweit in fortnite sehen wir schon alleine videos gemacht aber jetzt sind wir zu zweit das ist ein neuer account deswegen nicht wundern ich bin da noch no skin und ja wenn euch das ganze gefällt lasst ein like und ein abo da wie ich jede folge sagt und schreibt mal in die kommentare ob ihr das feiert welches spiel ihr wollt weil wir sind im moment ziemlich unschlüssig im moment kommt auch noch ein fußballvideos das ist geist da einfach kurz rüber gehen nach dem video lagen anschauen abonnieren natürlich nicht vergessen und ja ich würde sagen wir starten mal und ja wie gesagt max neue account hat er gemacht er hat seinen alten verloren so leute ok leute wir sind jetzt drinnen ich bin jetzt im bus ich weiß gar nicht neben mir ist max ähm was gottchen so ähm warte wir gehen tilte ich bin schon gesprungen ja dann gehen wir hier runter wer ist das für ein schlafen wir gehen da ja wir gehen das macht gar keinen sinn das hier ist die daumen super wo ist der digga was er hoffen sie sich in dieser gesammelt schlägt wo ist der wo ist der was ich mir jetzt mal ich brauche mal erst mal digga und die für die guten eh nimm du mit ja mit kann ist ja du hast eine tag ok aber leute erst okay schon mal in dem video noch nicht ein kill in den videos ich sag ein kill in dem video nicht in der runde, in dem video wo? du! hin! 32er! bäh! ich hab ihm 2 jetzt gegeben, ich hab ihm 4 jetzt gegeben ich hab ihm 4 jetzt gegeben, ich hab ihm 4 jetzt gegeben nein! wo ist der? da ist er, wo ist er? ist er bei dir? ja hast du ihn? hilf ihn! ja, das finde ich geschnitten, ja das finde ich auch schwer das finde ich geschnitten, das weiß ich ja, dann hast du ihn früher immer gesagt ist er? da war die oben stopp wo? wo? ja, das sind die spots also die war schlecht, ja ist das super geil Digga, wieviel Gegner? noch einer? ja soll ich klippen probieren? wo ist der? in der box da oben aber ich hab, äh, musst du holen er ist überlos ich bin einfach kacke, weil ich dachte oh mein gott ja, ich hab von der seite zu bekommen ja, leute, das war mein best ich hätte nicht staunen er war auch schlecht von mir ja, aber der Gegner war übelst bad ich hab von der seite so einen miss gefunden ja, ihr habt gesehen ich bin auch nicht so gut okay, Leute, wir sind jetzt in der nächsten lobby wir landen jetzt nicht Tilde wir landen jetzt Pleasant Park okay ich land immer Pleasant eigentlich weil das, da sind die Bots nein, Digga, da sind die Könner ja, dann gehen wir Tilde Tilde, Digga Tilde sind noch mehr Könner Tilde sind, Junge, laber doch nicht ich verspielen eigentlich die schlechtesten Lobbys Jungen, alle Zuschauer denken sich wie schlecht sind wir ja, wir sind halt auch schlecht ja, wir sind halt auch schlecht ich land auf dem Haus auf dem es hat keine Niemöche Tilde es gibt die 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 was? wo ist denn irgendwo? ja, ich bin nicht schneller das ist jetzt still stimmt, ich muss warten nehm jetzt Aura nehm jetzt Aura äh, Digga nicht alles ja, die ist jeder nein, Digga, hier ist keiner hä? früher bei Real also bei da hab ich noch nicht gespielt, Leute also ich hab äh Orange, Dastic und so aber auf dem Wonder Account Eldlands hab ich nirgendswo einfach du brauchst aber nicht der Cool hat die Eldlands hat er nicht warum ist er noch ein Dach? er hat nicht er sonst nein, hat er nicht hat er nicht ich respawn einfach warte ich lass mich killen und dann respawn ich wir haben alle das Spiel verstanden also äh das ist respawn neun Sekunden ich bin respawn man aber es geht pro wie lange das Game geht gehts länger hä, Digga, was machst du denn? du bist jetzt in vier Sekunden wieder ich will mich down lassen ja, mach doch schneller du kannst doch auf Viereck halten da bist du ins a down wieso? das ist schlecht das steht da groß ich hab nur so ne graue jetzt beim Milchpumpen hat er noch ne mal? wieder insentrum so, ich starte mich neu äh, hab ihn er hat meine Pumpe er hat meine Pumpe ja, ich hab ihn wieder gekillt äh ich bin da wahrscheinlich gleich ich nehme ihn wieder mein Schiff crack oh mein Gott, da haben wir ihn drauf Digga Bro komm jetzt mal zu mir, Tankstil sechs Sekunden ich hab goldene Pumpe ich hab jetzt einen Kill kein Kill ja 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 ja, so das ist keine ich hab nur ne Pumpe hey, das ist ne normale, oder? was ist das denn? hier ist Oni Pumpe Oni set also so seh, seh, seh seh er fügt mich haben wir einen hier haben wir ein freies rein ok komm nicht hoch das ging nach den Teams down alles gut danke ich krieg aber den ich krieg den wer hat so, doch warte leider, ich hab ein zweiter also nein, kein Bot ich war sehr low, ich hatte 50 AP ja, er war, äh, du hast den Shield cracked aber vielleicht hat er auch gar kein Shield doch, doch, er hat das Shield ich hab einen Shield cracked was, nein doch ey, da oben ist Lama Lama gibt's oh Impulsiv ey damit Impulsiv ich will nur mitbiegen Lama es gibt Lamas oh, die Lamas ist das geil no no oh ey, warte, lass mich auch was verbrauchen äh, warte ich krieg aber alles hä warte, der Greifer krieg ich höppler ja, und dann hab ich Pfeifer ey ich hab, ich hab Routine unten warte, warte, warte kurz ich hab zwölf wenig für uns äh ich geh hier öh was ist? das ist wie früher man kann zu ach so ja, dann machen wir doch keine und wie Stebs boah, wir kommen dem gar nicht ins Video grad aber verfolgt man immer so eine Sache äh kann ich den 22er nicht in den Luft äh, nur mal 20er der ist full wide wo? 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 ich hab keinen wide ey, bei mir ist ja, komm zu mir hast du moving? ne Ska ey, hast du irgendwas white here was? white here, white here nein green here wie mein's? wie mein's? wie mein's? wie mein's? wie mein's? wie mein's? ich bin auf dem Weg aber ich schaff's nicht mehr richtig bleib lieber weg weil du gehst von den ins zu da nein, geh nicht doch, die sind glaub ich ganz gut ich glaub die kann das gelb bisschen erst ein Clip wirklich? ist der Mate slow? also hab ich eben slow gemacht was ist das? ich schieß da rein soll ich dich runterschießen? wo ist sie? wo ist der Mate? ich weiß nicht ja, hier ist Steps oder? nein, 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 da kommt der andere runter hier sind Steps ich seh auch die Steps was sind? stop ja double kill äh, da ist ah, Digga chill doch, pickaxe ihn äh, hier ist noch jemand Steps komm auf ihn Hawaii wo ist er denn? siehst du den? nein, nein, sieh ihn nicht aber warum bist du dein Calls? Hawaii hab ich gesagt hey, ich bin so am Svennen da sind auch alle über Kacke ich hab drei, äh ich hab mir nicht ich hab mir nicht gut oh my god nein, Digga warum war das ein Kanister? komm schnell komm schnell, ganz schnell warum? komm ganz schnell wo bist du? wo bist du? Digga, du siehst doch wo ich bin ich sieh... oh bitte, schnell die kommt doch wieder ganz schnell direkt ohne zu bauen wie lange zieh hä, vier Sekunden nur okay es ist viel hier hinten liegt hier chill doch mal Digga, du verbrauchst deine ganze Ammonie ich hab 440 auf der, also alles gut ja, und er hat Dings, Digga, das ist ne AR ich geb ihm Hits, ich geb ihm Hits ich geb ihm Hits ich geb ihm Hits ich geb ihm Hits hä, sind das Bots? ich weiß nicht, die sind sehr, sehr schlecht ich hab den, ich hab den ich hab den ich hab den ich hab den Hits 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 der steht nur hab ihn Reboots deaktiviert, du sagst kein Verdammung hab ihn hier ist ein anderer Digga das ist das respawn wir nicht mehr? äh, auch keine äh, im Moment nicht für 1 Minute 15 aber bitte schieß nicht mit AR auf den, ne? ja, das ist gut da war er, er stand wohl ich hab doch noch mit die Mauer verbunden ich weiß, ich hab ihn doch auch die ganze Zeit Hits gegeben alter, du hast nen Kill du hast einen Kill, was? Maschine Digga äh, achso, ja, das willst du? ok, ich komm hoch das Insohn, das Insohn komm mit warum? nein, nein, hier haben wir doch guten Platz es macht gar keinen Sinn jetzt Insohn zu rotieren ok, ich komm zu dir nein, aber nicht bei mir rein, ja? sonst ja, ist gut gehst du mich bei mir bitten was ist mir das jetzt? da, da hinten rotieren Leute wo? ja, egal auf keinen Fall schießen ja, siehst du? ja, ja, Küste ja, egal wir müssen neben uns checken hier sind die ja zu also, tilted 100% und, äh, Out of Sound hinter uns musst du auch bis hin schauen Neustart sind nicht mehr deaktiviert in 2 Sekunden ok, jetzt kann ich das nicht mehr ah, jetzt sind die deaktiviert für die ganze Zeit ja die ganze Zeit tschö, warte call mir wenn du, ich seh Steps on me also nicht on me, aber irgendwo ja ich sehe nicht ja lass sie ruhig dass ihr richtig ja rotieren du bleibst also gehen auf jeden fall ich komme ich komme ich kann zu krass sein voll lobby irgendwie wirklich nicht aber hier bin ja auch da ja okay hier unten macht keinen sinn da sind weiter drin und hier einer ist viel krank ich glaube ich gehe in hier ist einer 24er hitze, 10er hitze. sag wo. und du. hier. ah ja. hab ihn. ja ich hab ihn. hab jetzt. ganz wieder hitze. won it, es won it. gut. hier ist eine krone. top 4 sind wir. ja take. da ein ding ist noch jemand. hab ihn 33er hitze. wo? ich bin sauer. wo ist der? wo ist der? in der box. da? ja genau. bist du in zone? ich bin in zone. richtig. aber äh, zone ist klein ne? also es ist endgame. top 4. wir sind das einzige team noch was noch hier. ja ja nur eins. ja einer ist down. wo? ich hab einen getötet. irgendwo. aber nicht hier. ja ich glaub ich hab den ganzen team. drei leute. einer fehlt noch. ja hier. wo? warte ich weiß nicht. hier in box irgendwo verstecken. ist er in der box? ich weiß es nicht. ich hab gar keine ahnung. aber ja hier. es bleibt auch nicht. sehen. 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 und ich hab ihn mal sehen kurz. ich hab ihn mal sehen. ich hab ihn mal sehen. na ja. na in der box. ja. jetzt schießt. becic win. wow. ich hab kronen sieg. ja stark. oh ich hätt sie auch gegönnt. ja alles gut. erste runde. erster Sieg. alter. ich würde sagen. wollen wir noch eine? ja klar. noch eine Runde. das war eine geile Runde. Kronen Sieg. Sehr nice. Jetzt haben wir beide Kronen. Ja, okay, Leute, direkt nächste Runde. Ja, Digga, fürs Video war so geil. Du hast einen Kill geholt. Anders halb, Digga, den letzten habe ich auch. Du hast zwei Kill Skilled. Den einen, da hast du ja nur den letzten mitgebracht. Ich habe, glaube ich, zwei. Ja, ich war... Egal, Digga, juckt doch nicht. Ja, aber juckt. Der war bei uns und wir haben beide gesprayt. Das ist kein Skill. Ich habe ihn geplant. Ich kann mich nicht spät. Ich habe schon drei Spänen.